Ja, ich habe da als Regieassistentin im Jugendfernsehen gearbeitet und habe auch zum Teil Regie gemacht. Ich konnte sehr viel machen, ich konnte auf 16 Millimeter drehen, ich konnte große Live-Sendungen auf dem Abend der Jugend Regie machen, Direktübertragungen mit Gesprächen und Musik. Und ja, aber irgendwann, also das war das Jugendfernsehen, das heißt, das wurde für junge Leute produziert, aber irgendwann hatte ich auf Deutsch gesagt, die Schnauze folgt von der wechselnden Argumentation, was man diese Woche nicht darf und nächste Woche nicht vielleicht darf. Und ja, und die Verbote und alles, was der Realität nahe kam, wurde meist entfernt dann aus großen Gesprächssendungen vor allen Dingen. Ja, und da habe ich gesagt, da war ich schon 31, dann studiere ich nochmal Regie und in der Hoffnung, dass ich vielleicht in die Kinoproduktion kommen kann, was sehr kompliziert war. Ja, weil man wurde von dem Betrieb, wo man gearbeitet hatte oder Volontär war und ein Praktikum gemacht hat, wurde man delegiert zum Studium und musste in diese Einrichtung dann auch zurück. Ja, aber ich hatte die Hoffnung, vielleicht gelingt, das dann doch zu wechseln, was spontan aber nicht gelang. Ich habe nach vielen Gesprächen im Fernsehen, habe ich dann nach vier Jahren Studium die Delegierung zurückgegeben und habe mich freigesetzt, was sehr ungewöhnlich war. Also ich hatte dann keine Arbeit erst mal. Ja, aber an der Filmhochschule konnte ich halt das erste Mal machen, was ich wollte. Also ich konnte, es war nur vorgegeben, dass die erste Übung ist eine dokumentarische Beobachtung, die zweite, also stumm, ohne, man hat ohne Ton gearbeitet. Das zweite ist eine Spielfilmübung auch und der Ton wurde zusätzlich gearbeitet, danach erst gearbeitet, also ohne Ton gedreht und die Tonbearbeitung. Ja, und es waren diese technischen Vorgaben, man konnte 16 Millimeter drehen, 35 Millimeter drehen. Die einzigen waren die technischen Vorgaben, aber eigentlich konnte ich bestimmen, was der Inhalt ist von diesen einzelnen Übungen. Und das war für mich nach meinen Fernseherfahrungen eine große Befreiung. Ja, und dann habe ich halt nachdem, nachdem ich bei einem Fernsehen gekündigt hatte, also nicht dahin gegangen bin, hatte ich keine Arbeit und habe gejobbt in dieser Fotogalerie, in dieser Galerie, die vordringlich, hatte ich gestern schon darüber berichtet, die vordringlich Fotografie ausgestellt hat. Weil, da hatte ich auch ein Telefon, was ich sonst nicht hatte und er hat diese Fotografen alle und auch andere Künstler, hat natürlich auch zeitgenössische, bildende Kunst ausgestellt. Ich habe immer Bilder gerahmt mit und Bilder gehangen und war, während der Chef dann unterwegs war, um Sachen zu organisieren, neues kennenzulernen, habe ich dann die Aufsicht gemacht in dieser Galerie und hatte ein Telefon und hatte da, also Verbindung zur Welt sozusagen noch. Und die einzige Tür, die sich dann öffnete, war die Tür vom DEFA-Dokumentarfilmstudio. Ich konnte halt dann Aufträge, ich bekam Aufträge dort für diese kurzen Filme, die gestern gezeigt wurden, also einige davon. Und konnte diese Aufträge aber zu meinem eigenen Auftrag machen. Ja, und ich hatte gestern erzählt, wie es zur Winter-AD kam und ich habe, glaube ich, 1985 angefangen, Konzeptionen zu schreiben. Das war nicht so leicht, die Freigabe zu bekommen, aber letzten Endes haben wir dann ab 86, 87 gedreht, bis der Film mit 88 fertig war, aber immer in Etappen. Ich war auf Recherche und habe jemanden kennengelernt und dann sind wir mit Kameramann und Tonmann und Assistent dann losgezogen und haben gedreht und haben Material gesammelt über zwei Jahre und auch immer das montiert, dann die jeweiligen Gespräche. Ganz oft haben wir auch nur Fahrtaufnahmen, wir sind also von dort nach Süden mit der Eisenbahn gefahren und haben diese Fahrtaufnahmen gedreht und haben das montiert und 1988 war der Film fertig. Ja, ich habe Anja, die Blonde, sage ich immer, traf ich beim Fleischer. Ja, da ist sie mir aufgefallen, weil sie doch für DDR-Verhältnisse sehr ungewöhnlich war, wie sie gekleidet war als Punkerin. Und dann habe ich sie angesprochen und gefragt, ob sie mich mal besuchen kommt. Ich wohne um die Ecke, also wir wohnten nicht weit auseinander. Und was ich vorhabe und da sagt sie, ja, sie kommt aber nicht an, nur wenn sie ihre Freundin mitbringen kann, die Kerstin, dann kommt sie mich besuchen. Ja, und das haben sie dann gemacht und auch so habe ich sie beide kennengelernt und nach den Dreharbeiten ist ja nicht nur zunächst Kerstin in den Jugendwerkhof gekommen, weil sie halt wiederholt der Schule ferngeblieben ist und die Mutter nicht wusste, was sie machen sollte. Und als Anja in den Jugendwerkhof eingewiesen wurde, da haben wir sie ja mit der Kamera begleitet. Und später, ja, natürlich hatte ich auch später Kontakt zu ihnen, weil es begann ja dann 1988, 1989, auch eine sehr aufregende Zeit. Also sie waren beide im Jugendwerkhöfen, sie wurden dann aber 1989 auch entlassen und kamen zurück ins Leben. Und Anja hatte ich geholfen, sie wollte Kopierwerksfacharbeiter werden, dass sie im DEFA Kopierwerk, kriegte sie eine Lehrstelle, die sie angetreten hat. Aber dann ist sie noch 1989, glaube ich, im September, ist sie noch über die GSSR weggeblieben, um in den Westen zu gehen. Und hat dann erst mal am Westen gelebt. Und Kerstin ist, als die Mauer, am 9. November ist Kerstin auf die Mauer geklettert und sofort nach Kreuzberg und hatte hier Antifa-Aufkleber dann auf ihrer Jacke. Und die hat dann später in Ostberlin auch Häuser besetzt. Ja, es war sehr widersprüchlich, auch sehr erstaunlich, als der Film fertig war im Sommer 1988, ging er in die Abnahme. Das heißt, der Filmminister musste auch, hat auch lange Dokumentarfilme abgenommen. Also der ging praktisch durch die Zensur. Und der Filmminister kam, das Team war anwesend, Kameraschnitt, wir saßen da alle und Freunde. Man hatte auch, es war wie ein kleines Kino im Dokumentarfilmstudio in Berlin. Und wir saßen da alle natürlich erwartungsvoll und der Minister kam nicht alleine, sondern mit so sechs, sieben Herren, alles Subalterne, ältere Herren, die in der ersten Reihe Platz nahmen und ihre Hefte zückten und ihre Bleistifte und Schreibtikten fleißig mitgeschrieben haben, während der Film gezeigt wurde. Und dann war der Film zu Ende, dann stand der Filmminister auf, drehte sich um zu uns und sagte, er findet den Film ein bisschen zu lang, ein bisschen zu lang, aber er wüsste auch nicht, wo man ihn kürzen könnte. Und er entschuldigt sich, keine Frau zu sein. Das war alles und ist zur Tür rausgegangen, hat den Raum verlassen. Und dann war erst mal großes Schweigen, weil die alle, die in der ersten Reihe, die mit ihm gekommen waren, seine Untergebenen aus der Hauptverwaltung Film, die saßen da mit ihren vielen Schriftstücken und wussten nicht, was sie jetzt machen sollten damit. Der Film wurde dann vom DEFA-Dokumentarfilmstudio in den Wettbewerb geschickt, nach Leipzig zum Internationalen Dokumentarfilmfestival im Oktober, November 1988. Und das war natürlich, das war sensationell. Ich glaube, dass man so eine Vorführung nur einmal im Leben hat und nie wieder. Das hat natürlich auch was mit den Umständen zu tun, weil in Leipzig waren alle Diskussionen nach Filmen, die es sonst gab. In diesem großen Kino oben im Petershof gab es immer große Diskussionsrunden, zum Teil auch mit Radioübertragung. Und das war alles abgesagt. Es gab keine Diskussionen. Es war, es war davor, waren zum Beispiel diese, eine Publikation, Sputnik, ein sowjetisches Magazin, eine Art Riedersdeutsches, also aus der Sowjetunion, war aus dem Verkehr gezogen worden, sowjetische Filme wurden, kamen nicht in die Kinos. Glasnuss von Strolka war ja, aber das war ja in der DDR unerwünscht. Und in diese Situation kam halt dieser Film. Und dieses Kino hat tausend Plätze, also das Kino war überfüllt, die Leute standen auch in den Gängen. Und es war natürlich im Wesentlichen Leipziger Publikum. Es waren auch einige, also Gäste da aus dem Ausland. Aber im Wesentlichen war es Leipziger Publikum. Und es gab während dieser Vorführung Szenenapplaus. Also ich fürchtete, ich saß oben im Rang und sah auch, wie so von bestimmten Zeitungen Leute mitgeschrieben hatten. Und ja, und ich fürchtete, dass irgendjemand kommt. Und weil es so ein Tumult war im Kino, ich fürchtete, dass jemand irgendwie die Vorführung abbricht. Aber es ist nicht passiert. Der Film ist durchgelaufen. Und der Film hat eine silberne Taube bekommen. Gegen den Widerstand im Komitee für Leipzig war natürlich auch das Fernsehen, die Fernsehleitung vertreten. Und das Fernsehen hat sich entschieden gegen diesen Film gewandt. Hat sich auch im Zentralkomitee der Partei beschwert. Das wollte, dass diese Auszeichnung des Films zurückgenommen wird. Und hat auch gesagt, nie im Leben wird dieser Film im Fernsehen irgendwie gesendet. Der war ja auch nicht fürs Fernsehen gemacht, sondern fürs Kino. Aber sie haben gleich gesagt, sie waren beleidigt natürlich, weil es natürlich auch eine Kritik am Fernsehen war. Also in diesem Film durch diese Monitorbahn zum 8. März und die Art der Übertragung der Berichterstattung. Das Kuriose war dann, dass das Zweite Deutsche Fernsehen hat in Leipzig die Lizenz zur Ausstrahlung erworben von diesem Film. Das konnte erst ein halbes Jahr nach der Kinoauswertung passieren. Also für den November 89 wollten sie diesen Film senden. Und dann hat, aber das DDR-Fernsehen hatte ja gesagt, sie senden ihn nicht. Aber dann hat man sich ja die Ereignisse überstürzt. Und es wurde ja alles ganz anders. Das Fernsehen nannte sich auch sofort um im Deutschen Fernsehfunk dann im Oktober. Und hat sofort in den Redaktionen natürlich auch gearbeitet und ist auf die Straße auch gegangen mit den Kameras. Nicht sofort, sondern dann so Ende Oktober, Anfang November. Und dann hatten sie den großen Ehrgeiz, vor dem ZDF diesen Film zu senden. Und haben ihn also ein paar Tage vor dem ZDF dann ausgestrahlt, um zu zeigen, wie sie doch auch jetzt sich geändert haben. Und ich war aber so misstrauisch, dass ich die ganze Zeit vor dem Fernsehapparat gesessen habe und gedacht habe, was haben die mit dem Film gemacht? Haben die da was rausgeschnitten? Ich hatte ein so großes Misstrauen. Ich habe es nicht geglaubt, dass sie es wirklich senden. Ja, das war üblich, sowohl im Spielfilmstudio als auch im Dokumentarfilmstudio gab es Dramaturgen, also dramaturgische Betreuung, würde ich es eher nennen. Also die einen erstens mal mehr oder weniger unterstützt haben, ein Exposé zu verfassen oder dann in der Montage beraten haben, dramaturgisch beraten haben. Also in diesem Fall war es, war die Beratung weniger, weil uns der Dramaturg also eigentlich auch sehr vertraut hat. Der war gleichzeitig auch der Gruppenleiter, der diesen Film ermöglicht hat. Bei mir war es so, dass ich oft von Anfang an wusste, also die Struktur eigentlich schon immer auch auf das Papier gebracht hatte für den Film. Also das ergab sich natürlich auch den verschiedenen Elementen, die waren alle schon im Exposé geplant. Also die intensiven Begegnungen, die Porträts, spontane Begegnungen in der Eisenbahn und diese Beobachtung von Alltagssituationen als Element und natürlich die Reise dieser Eisenbahnfahrt, die den ganzen Film auch strukturiert, war gedacht, weil ich halt von mir erzähle, weil ich ja sehr subjektiv beginne und von meiner Geburt berichte, die ja sehr ungewöhnlich war. Und ja, und das war das dann Motiv, dieses, in die Eisenbahn zu steigen und sich damit fortzubewegen. Und dann zum Drehverhältnis. Es war so, dass natürlich die Kalkulation, die Vorgabe waren, 90 Minuten für das Kino herzustellen. Schwarz-Weiß-Material und das Drehverhältnis war in der Regel, also das, so war es auch in der Kalkulation 1 zu 6. Also wir haben ja auf 35 Millimeter gedreht und die Kassetten waren ja nie länger als drei bis vier Minuten. Und dann musste ja gewechselt werden. Also ja, vor allen Dingen war das sehr, sehr wichtig in der Konzentration bei den Gesprächen. Also man war richtig geeicht auf diese Länge. Als ich später den 16 Millimeter in großen Rollen 10 Minuten gedreht habe, habe ich manchmal mich zum Kameramann umgeguckt und dachte, was ist jetzt los? Wieso wechseln wir jetzt nicht die Kassette? Also ich war richtig trainiert auf diese kürzeren Rollen bei 35 Millimeter. Und wir haben auch nicht mehr als Drehverhältnis 1 zu 6 gedreht. Sind natürlich nicht 90 Minuten, sondern fast zwei Stunden geworden. Ja, also es gab Reste natürlich, die ich dann in den wirren 89, 90, als vieles vernichtet wurde, Material, habe ich etliches noch vom Müll geholt und aufbewahrt und bin gerade dabei, nochmal in diese Reste reinzuschauen und was man noch damit machen könnte. Es gibt keine Gespräche. Es gab noch ein Gespräch, was nicht in den Film Einzug gefunden hat. Es war eine Frau in einer leitenden Position, die sehr auf ihr Prestige bedacht war und ängstlich war und nicht offen war. Und das haben wir dann nicht in den Film genommen. Aber die anderen Reste sind, also das habe ich dann auch ganz schnell vernichtet, das Material. Aber sehr viele Fahrten durch eine ganze Rolle, durch Bitterfeld zum Beispiel, diese Gegend, wo Chemie war und die Filmherstellung und große Industrieanlagen, wo man fast nur durch Nebel fährt, dass sowas existiert noch. Und ja, verschiedene, sehr viele Fahrtaufnahmen und so bestimmte episodische Beobachtungen, sowas gibt es noch. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau, was da eigentlich noch da ist und will mir das jetzt angucken. Noch was draus machen. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe oder diese Schule eigentlich, die Schule mit 35 Millimeter zu drehen, weil es ja teures Material ist und halt so beschränkt und man sich übte die Konzentrationsfähigkeit und natürlich auch, man war ganz anders vorbereitet, wenn man auch im Dokumentarfilm, natürlich hat man manchmal auch lange gewartet, bis sich etwas ereignete und wenn sich was ereignete, dann hat man natürlich gedreht, gedreht, gedreht. Und man hat aber nicht irgendwie die Kamera aufgestellt und angeschaltet und gesagt, mal sehen, was passiert. Nein, man hat reagiert auf etwas. Also man war sehr geübt, geduldig zu sein, auf etwas zu warten und im richtigen Moment zu drehen und dann auch wieder großzügig zu sein und das Material wirklich dann auch intensiv und viel Material durchlaufen zu lassen. Also es war diese Art, mit 35 Millimeter zu arbeiten, war eine sehr gute Schule. Anders als heute, wenn man mit Video anfängt. Ich habe in dieser Galerie Sofinestraße 8 in Lichtenberg, das war 1982, als ich fertig war mit dem Studium, habe ich halt dort gejobbt. Von 1982 bis 1985 war Stefan Ohrendt der Leiter dieser Galerie. der sehr viel zeitgenössische Kunst ausgestellt hat, aber vorträglich Fotografie. Also diese großartigen Fotografinnen und Fotografen, die ja heute auch, wie Sie wissen, weltweit ausgestellt werden und auf Tour gehen. Die habe ich dort kennengelernt und habe ihre, ja und daraus sind Fridschaften auch entstanden und weitere Arbeiten auch über sie und mit ihnen. Also mit Stefan Ohrendt allerdings hat nach drei Jahren hat man ihm unter fadenscheinigen Gründen dann gekündigt, also das, was er da gemacht hat. Er hat auch Sommerfeste organisiert, was sehr ungewöhnlich war für die DDR, vor der Galerie auf der Straße. Und die Art der Fotografie und was er da monatlich ausgestellt hat, das war dann irgendwann Suspekt. Und ja, da hat man ihm irgendwie finanzielle Veruntreuung vorgeworfen, was natürlich nicht stimmte. Unter diesem fadenscheinigen Vormand hat man ihn dann entlassen. Er ist dann irgendwann in den Westen gegangen und hat dann im Verlagswesen weitergearbeitet und ist leider auch sehr früh gestorben und hat dann selber auch fotografiert und hat auch Reisen gemacht mit den Fotografinnen. Die kannte er auch alle sehr gut. Ich habe also Gundula Schulze, der gestern gezeigt wurde, Eildauwi ist ja ein Film mit ihr und mit ihren Fotografien. Und ich habe im 2019 einen Dokumentarfilm Triptychon gemacht, also eine Dreikanalinstallation. Helga Paris, Fotografin nennt die sich. Sie hatte eine große Ausstellung in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin für drei Monate mit 34.000 Besuchern in drei Monaten. Das war sensationell. Und im ersten Raum hat er drei Leinwände und auf diesen drei Leinwänden waren dann, also wie im Altarbild auch aufgestellt, war dann diese 30 Minuten über ihr Leben und ihre Fotografie, ihre Familie lief diese Installation. Die ist jetzt auch angekauft vom Institut für Auslandsbeziehung und reist mit der Tournee-Ausstellung um die Welt. Und mit Sibylle Bergemann habe ich, also mit Helga Paris habe ich, das habe ich alles irgendwie einfach Material gesammelt. 2012 habe ich das erste Mal gedreht bei ihr in der Wohnung und dann immer wieder mal so. Also wir haben eigentlich ohne Geld das gemacht. Von der Lizenzgebühr der Akademie der Künste habe ich dann die Kamerafrau am Ende bezahlt. Sibylle Bergemann habe ich ohne Absicht, das jemals zu veröffentlichen, sondern nur einfach als Dokument, das aufzubewahren 2006 oder 2008 mit meiner kleinen, so einer Mini-DV-Kamera. Sie hatte drei Tage eine Fotoausstellung in einem leergeräumten Haus am Schiff Bauer Damm. Die Ausstellung nannte sich auch Abschied vom Schiff Bauer Damm. Arno Fischer, ihr Mann, der Fotograf und Sibylle Bergemann haben dort lange Zeit gelebt. Das Haus wurde saniert und das wäre nach der Sanierung nicht mehr zu bezahlen gewesen, dort zu wohnen. Es war eine große Wohnung. Das Haus war schon leergeräumt. Sie hatten unten Ausstellungsräume in einer leergeräumten Wohnung und ihre eigene Wohnung mit den Möbeln noch. Das war auch freigegeben für Besucher und das waren irgendwie 5000 Leute, die an diesen drei Tagen das Trepp auf, Trepp ab und sich die Fotos da angesehen haben. Und da bin ich einfach mit der Kamerin und habe mich hingestellt und habe diesen Ort, diese Schiff Bauer Damm, den Bahnhof-Fiedi-Straße und die Spree-Polizeieinsätze, alles spiegelte sich in diesen gerahmten Fotografien. Afrikanerinnen, Modefotos von Sibylle Bergermann spiegelten sich dann plötzlich die Polizei da mit dem großen Wagen im Einsatz oder die Spree und Schiffe und einfach die Kamera. Da habe ich die Kamera laufen lassen und immer wieder die Perspektive geändert. Und neulich, jetzt gibt es gerade im Moment in Berlin eine große Ausstellung in der Berlinischen Galerie von Sibylle Bergermann. Da kam eine Redakteurin von der Zeitschrift Geo und hatte gehört, dass ich das Material habe und wollte sich das angucken und da habe ich entdeckt, dass sich das doch einfach lohnen würde, vielleicht doch noch zu montieren und auch zu veröffentlichen. Und das habe ich jetzt auch vor Abschied vom Schiff Bauer Damm. Ja, also erstmal ist es so, dass ich natürlich bei dem Drehen ist es ganz wichtig, dass man, das macht immer die Produktionsseite, dass man einen Vertrag aufsetzt und dass man die Genehmigung sich schriftlich einholt. Dass man das Material veröffentlichen darf, also für diesen Zweck, zu dem man es dreht, natürlich. Also, dass die Rechte für dieses Material auf die Produktion übertragen werden. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Und das andere ist natürlich, dass ich allen, die lebten und die konnten, diesen Film vor der Veröffentlichung gezeigt habe, also den ganzen Film. Die haben diesen Film im Dokumentarfilmstudio genau in diesem Raum, bevor der Filmminister den Film gesehen hat. Oder war es danach? Ich glaube, es war danach. Also, als klar war, wir dürfen ihn veröffentlichen, da wurden sie alle eingeladen, saßen in diesem Kino und das war die aufregendere Vorführung als die zur Abnahme mit dem Filmminister. Weil sie haben dann auch alle, es sind alle gekommen, bis auf Margarete Busse, die war verstorben, die Frau, die haben ihre Diamantenhochzeit feiert. Ich hatte ihren Mann auch eingeladen, aber der war krank und die Familie kam. Also, Töchter und Söhne kamen mit ihren Männern und sie saßen alle da im Kino und immer, wenn jemand zu sehen war auf der Leinwand, hat man versucht, den auch irgendwie neben sich zu finden und war dann sehr beruhigt, dass man irgendwie, dass man doch irgendwie, man hat sich so gewissermaßen im Publikum auch solidarisiert dann mit ihnen, also so stark gemacht. Und anschließend sind wir essen gegangen zusammen und haben darüber gesprochen und das war sehr schön. Nur Anja war nicht da, die Kerstin durfte aus ihrem Jugendwerkhof, hatte sie Urlaub bekommen, aber Anja konnte nicht kommen, da war die Schwester da. Und die Mutter, aber Anja selbst, konnte den Film vorher nicht sehen, hätte ihn dann später gesehen. Ja, also sie haben alle diesen Film gesehen und zugestimmt. Auch zum Beispiel die Frau an dem Zug mit den Kindern, wo der Mann bei Esther, bei dieser Strumpfwirkfirma arbeitet. Der Mann war nicht, der musste arbeiten, aber die Mutter mit dem großen Sohn war, war gekommen. Und ja, und die Familie war natürlich sehr traurig von Margarete, als sie die Margarete gesehen haben und haben geweint und fanden das aber ganz schön, dass es als Dokument aufgehoben ist. Es hatte nur ein sehr arges Nachspiel, weil sie plötzlich behaupteten, sie schrieben dann eine Woche später einen bitterbösen Brief und behaupteten, dass das aus dem Film kommt. Margarete hätte geloben, das würde alles nicht stimmen, was sie da erzählt. Und ja, aber das ging nicht, weil Margarete natürlich der veröffentlicht zugestimmt hatte. Also die Familie konnte nicht darüber entscheiden. Die Familie wollte nur nicht, dass ihr Nest beschmutzt wird, meinten sie, weil ja nie jemand geschieden war. Und die Familie wollte halt nicht, dass das öffentlich wird, dass sie da erzählt. Aber insofern war das nicht angreifbar. Und das hat auch der Anwalt der DEFA dann sehr schnell geklärt, dass das nicht möglich ist. Und ein paar Jahre später habe ich dann auch bei einer Vorführung Enkel getroffen, die das dann auch irgendwie auch schon wieder ganz anders gesehen haben und das dann auch irgendwie mit Distanz dann auch als ein wesentliches Dokument schon betrachten konnten. Und das dann auch bei einer Vorführung Enkel.